Es tut mir total leid, dass ich das jetzt so direkt gefragt habe. Marlene, du bist meine Freundin und ein ganz besonderer Mensch für mich, das weißt du. Und vielleicht hätte ich dir das auch schon früher sagen sollen, aber... Obst du nicht, dass du reintrittst? Okay, noch mal von vorne. Es tut mir leid, das war wirklich völlig daneben von mir. Das wäre schön, wenn du das einfach vergessen könntest. Nein, ich... Wir sind Freundinnen, weißt du, und das ist okay so. Und nicht mehr. Ja. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich würde sagen, es sitzt fast perfekt. Finde ich auch. Hey. Ich hätte ihr fast gesagt, was ich für sie empfinde. Ach, und dann? Ist Marlene zurückgerudert. Sie hat sich entschuldigt, dass sie mir sowas überhaupt zugetraut hat. Und jetzt sollen wir heute Abend unsere platonische Freundschaft feiern. Ja, was soll sie auch denken. Du hast die ganze Zeit einen Schnabel nicht aufgekriegt. Vielleicht probierst du es ja heute Abend noch mal. Dann ist unsere Freundschaft doch endgültig im Eimer. Dann musst du jetzt durch, fürchte ich. Willst du nicht einfach mitkommen? Dann kannst du mir auch den Gnadenschuss geben, wenn die Golle mit mir durchgehen. Durchgehende Pferde erschießt man nicht gleich, Rebecca. Dann eben an die Leine nehmen. Oder an die Kandare, ach man, du weißt doch, was ich meine. Gouvernante beim Mädelsabend. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Jetzt komme ich schon dran, er hat sich das jetzt dazu schreit. Sie hat gesagt, dass sie es nicht war. Sie muss diese Festplatte irgendwie unlesbar gemacht haben. Wenn die Überwachungskamera wirklich aufgenommen hat, wie sie Sonja die Treppe runtergestoßen hat. Einen handfesteren Beweis gibt es nicht. Aber selbst wenn sie die Festplatte zerstören würde, wäre sie dann wirklich so blöd und würde sie auf dem Schloss verstecken? Vielleicht hatte sie auf die Schnelle keine Zeit mehr, ein besseres Versteck zu finden. Ich bin mir ganz sicher, das alles ist nur ein blödes Missverständnis und wird bald aufgeklärt. Marlene, selbst Sebastian glaubt, dass sie schuldig ist. Ja, und das ist wirklich traurig. Du kennst vielleicht ihre nette Seite, aber ich kenne auch ihre andere. Entschuldige, dass ich überhaupt damit angefangen habe. Ja, schon gut. Ich kann es ja so oder so nicht ändern. Ach, guck, woher kommen Christian und Rebecca? Hey! Ein bisschen was für ein Zufall. Ja, Rebecca hat mich überredet. Sie meinte, ich sollte mal wieder ein bisschen unter Zweibeiner kommen. Idee. Ja, ich dachte, in der Gruppe ist es doch schöner als zu zweit. Ja, und lockerer. Tschönen, Tschönen. Heute lassen wir die Korken so richtig knallen. Was ist los? Was soll los sein? Ich kenne dich doch. Du hast irgendwas. Es ist doch wegen... Nein, es hat nichts mit dir zu tun. Es ist wegen Tanja. Ich weiß, dass die ganze Welt sie für schuldig hält, aber sie ist meine Freundin. Und sie tut mir leid. Ich kann zwar nicht behaupten, dass es mir ähnlich geht, aber ich verstehe dich. Ist das nicht entsetzlich? Die Vorstellung, dass sie Emma und Hannes vielleicht nie wiedersehen darf? Sebastian hat sie verlassen? Ich würde ihr so gerne helfen. Wieso besuchst du sie nicht? Ja, Tristan meint, es ist keine so gute Idee wegen der Presse. Wie läuft es denn im Gestüt? Tut mir leid, ich war gerade irgendwie in Gedanken. Habe ich gemerkt. Danke fürs Zuhören. Ich habe unsere Gespräche im Anteil nicht vermisst. Abgekaute Uhren sind bestimmt gerade total in. Aber das weißt du als erfolgreiche Designerin ja besser als ich. Ich wüsste nicht, wieso du dir das sonst alles hättest anhören sollen. Ach, Quatsch. Ich habe dir gern zugehört. Wirklich. Und ich bedenke mich, die ich neulich angeplafft habe. Totale Überreaktion. Das ist doch verständlich. Ich meine, wenn du befürchtet hast, dass ich in dich... Weißt du, irgendwie ist es ja auch nützlich. Sollte meine Stimme irgendwann mal weg sein, dann kann ich mit meiner blühenden Fantasie geroschene Romane schreiben. Sag mal, hat das eigentlich irgendeinen tieferen Sinn, dass wir hier eine Männerrunde und die da ein Damenkränzchen veranstalten? Hast du Lust auf Gespräche über Pumps, Röcke und Pops? Dann los. Naja, wenn die Gespräche so aussehen, warum nicht? Ja, ich würde auch sagen, wir haben jetzt genug gequatscht, ne? Wir brauchen uns hier nicht mehr im Hintergrund aufhalten. Ich gehe tanzen! Soll ich meine Hand mit wem? Was? Nichts. War nicht so wichtig. Hey, wollt ihr vielleicht noch ein bisschen weiterknuddeln? Ach, nein. Super, dann klatsche ich nämlich an dieser Stelle ab. Ich würde so gerne mal mit Lily Rose tanzen. Oh, gute Idee. Lenni? Also spätestens, als du mich gefragt hast, ob ich tanzen will, hätte ich misstrauisch werden müssen. Wieso? Na, weil ich dich eigentlich nicht als den Tanztypen einschätze, eher als den Tanztypen. Ach so. Ja, stimmt ja auch, aber ich habe mich nur nicht alleine getraut. So schüchtern kenne ich dich ja gar nicht. Warum? Kann ich dich hier ans Flaschen drin erinnern, ne? Du glaubst, der Kuss ist mir so zu Kopfe gestiegen, dass ich dich jetzt hier zum Füßen abgeschleppt habe. Nein, das denke ich keine Bekunde. Nee, eigentlich hatte ich nur Angst wegen der ganzen Piranhas hier drin. Piranhas hier? Ja, du glaubst nicht, wie viele Bekloppte ihr Aquarium das Klo unterspülen und die kommen dann durch die Kanalisation und knabbern an deinen schönen Füßen um hier unten da. Da habe ich einen. Ich will dich, wenn ich kurz unterbreche, bevor sich die Piranhas an die Szenen vergreifen. Du brauchst dich nicht entschuldigen, Tristan. Ich glaube, Marlene freut sich sehr über deine Ritterlichkeit. Und, konntest du dich mit Rebecca aussprechen? Ja. Und vielen Dank, dass du uns alleine gelassen hast. Oh, sorry. Sag mal, hast du eine Ahnung, was mit dir los war? Nö. Hey, ähm, wisst ihr, wo Rebecca ist? Sie ist weg. Ohne sich zu verabschieden? Ja, keine Ahnung, die hat mich sogar fast über den Haufen geraten, ohne es zu merken. Ja, vielleicht war sie einfach müde oder hatte Kopfschmerzen oder so. Naja, gut, aber ich will kurz Bescheid sagen, dass wir es ja trotzdem können, oder? Höchsterfreuliche Umsätze gestern Abend. Entschuldigung, was hast du gesagt? Ja. Hast du immer noch die SMS von Rebecca? Ja. Weiß ich, versteh's einfach nicht. Normalerweise antwortet sie sofort. Morgen. Guten Morgen. Kann ich Ihnen einen Kaffee bringen? Gerne. Morgen. Morgen. Oh ja, du siehst aus, als kannst du einen Kaffee gebrauchen. Schlecht geschlafen? So gut wie gar nicht. Einmal darfst du raten, warum. Ich hoffe, es war okay, dass ich gestern sozusagen dazwischengegangen bin. Du hast mich gerettet. Ich hätte es keine Sekunde länger ausgehalten. Dann. Marlene hält mich wirklich wieder für ihre beste Freundin und vertraut mir. Und ich? Ich lüg sie an. Aber gleichzeitig werde ich grün vor Eifersucht, wenn Tristan sie küsst. Deswegen bist du einfach abgehauen. Du hast es also auch mitbekommen. Marlene hat mir eine SMS geschickt. Diese Lügen müssen endlich ein Ende haben. Ruf sie doch einfach mal an. Wahrscheinlich ist das Ganze sowieso nur ein Missverständnis. Ach, weißt du, ich will mich ja auch nicht aufträgen. Also, wenn sie mit mir reden wollte, würde sie ja vor den Nachrichten antworten, oder? Du hattest recht. Es funktioniert nicht. Ich kann meine Gefühle nicht einfach wegdrücken. Und so tun, als wäre ich Marlenes beste Freundin. Und da steht alles drin? Die ganze Wahrheit? Kannst du denn Marlene bitte geben? Ich kann das nicht. Ich meine, ich kann nicht dabei sein, wenn sie ihn liest. Und außerdem möchte ich, dass Marlene in Ruhe überlegen kann, wie sie... beziehungsweise ob sie mir überhaupt noch begegnen will. Bist du sicher? Okay. Schön, dass ihr rausgekommen seid. Sonja Jägers Zustand ist unverändert. Sie liegt nach wie vor im Koma. Wir müssen dringend einen Notplan entwickeln, wie es mit Linie CL weitergeht. Das wird sich nicht leicht werden. Ja, vor allen Dingen müssen wir Sebastian den Rücken frei halten. Er braucht Zeit für seine Tochter. Ja, aber wir wissen doch noch gar nicht mit Sicherheit, dass Tanja überhaupt schuldig ist. Ich finde das, was passiert ist, genauso schlimm wie ihr. Aber ich kann mich keiner Hexenverfolgung anschließen. Marlene, deine Loyalität ehrt dich. Aber Tanja hat dich als Verbündete gebraucht und sie hätte dich sofort verraten, wenn es in ihrem Interesse gewesen wäre. Ich will das nicht nochmal diskutieren. In geschäftlichen Angelegenheiten kann ich euch nicht helfen, also entschuldigt mich bitte. Sie hat sowieso noch einen Termin mit Rebecca wegen anderen Kostümen. Tja, und wie geht es jetzt mit Linie CL weiter? Mein Vorschlag ist, eine Marktforschung in Auftrag zu geben, um herauszufinden, ob LCL überhaupt noch Chancen hat auf ein Revival oder... ...oder... ...ob der Name endgültig verbrannt ist. Ja, das ist ein guter Ansatz. Leite das in die Wege. Rüster? Hörst du mir überhaupt zu? Die Marktforschung, ja. Ich kümmere mich darum, natürlich.